und willkommen mein name ist an die heute und meiner mittelmacher gemäß doch einfach so let's play ja schießen wo die wort und wir machen direkt weiter mit knotwerts den schnappen wir uns wüsten joshio und sonnenbrand joshii sind auf dem weg zur rettung hey lollipop joshii haben man einen geilen rang lollipop joshii sehen so verbrannt aus ich bin lollipop ja sie sehen auch bestimmt voll lecker aus schmeckt schmeckt wie labriger lollipop aber sind voll durch da führen doch die sind entschuldigung die kannst du nicht hier die sind voller wie hier die singen bestimmt hier wie kaufsam happy ich bräuchte dich mal hier auch damit ich glaube ich dir ist nicht geplant ich werde niemals aufhören niemals ich werde niemals aufhören niemals die wolle reinzustecken ich habe schon sagen und grad drauf ziehen ja 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 damit du nicht auf dumme gedanken kommst das klingt jetzt ja noch probleme jetzt haben wir euch noch genau wie bei wenn er dann will ich auch okay ich habe mich geschluckt kann was soll ich mich schlucken werden ich ein kuba gestimmt ich habe dich doch gar nicht geschluckt ich weiß was treten sie zurück ich habe gerade gesagt treten sie zurück was sind sie auch ich habe schon geschubst ich wollte mich eigentlich unter begeben die die mann ein bisschen die die mon die die mann wenn man weiß ich ein bisschen sanierung mann jetzt hat eine normale gabo machen nämlich gar keine ahnung seine wasser tier ja du bist dann hier oben ja da ja ich komme nicht weg hier so wie hier geht es nicht weiter also was ist das gesehen hat er mit meinem panzer ja mann kettenreaktion explosionen so zu denen hier hat was ich habe seinen partner genommen hierher dann habe ich noch mal gesehen so so Zadoror! Spuck ihn aus! Nein, niemals! Spuck ihn aus! Da sind Parzillen dran! Spuck ihn aus! Da sind Parzillen dran! Spuck ihn aus! Perfektes Timing! Oh man, wir machen das hier voll cool! Dann kommt hier so eine Scheiße! Das war der Panzer! Ich wollte Panzer kaputt machen! Vorsicht! Ritten sie zurück! Stopp ich mehr! Weg du blöde Kuh! Jetzt hast du kaputt gemacht! Die blöde Kuh! Wolle! Rechte Schüssel werfen! Nein! Das reicht hier mit! Ich kann das! Ich muss am Leben bleiben! Nein! Ich muss am Leben bleiben! Ich habe die Schlüssel! Nein! Ich muss am Leben bleiben! Ich habe die Schlüssel! Nein! Nein! Ich muss am Leben bleiben! die Schlüssel! Ich habe die Schlüssel! Ich habe die Schlüssel! also also da gibt es da jetzt nicht so was du bist schuld kann sie gar nicht so treffen ich habe ihn schon getroffen damit aber noch mal so wolle ich bin schon damit kommen theoretisch kann ja eigentlich einer darunter springen und den rohnen sicher uns fehlt hier ein stempel okay Warte, ich guck mir hin drauf. Uns fehlt ein Stempel. Geil. Ja gut. Dann machen wir's mal. Wir haben sowieso eine Blume verpasst, ne? Ja. Komm und Knotbert. Hallo, wir sind die Lebensmittelkontrolleure. Wir kommen jetzt öfter. Denkt ihr, ihr könnt meine Pläne durchkreuzen? Jetzt ist Schluss. Was? Knotbert, mach diese Joshi's platt. Da sind geflügeler Kupa einfach ein paar Kupa. Ne, pass auf. Alter. Guck dir an, wie fett ist. Mensch, hast du schon. Warte, hast du was gemacht? Ich weiß, wo es eine Schwachstelle ist. Vielleicht da am Bau. Nein, die Schwachstelle ist der Rücken. Und der Bauch. Ja, aber man muss nur erst die Flügelbecken heben. Das kriegst du wieder, Bruder. Mein Bruder. Mein Bruder. Mein Bruder. Wo unsere Joshi's auch Brüder sind? Ja. Ich mein, wir sind zwar nicht im Real Life Brüder, aber wir sind Gaming-mäßig, sind wir tatsächlich die Superbrüder. Er als Luigi, ich als Mario. Ja, meine Luigi-Mutze. Ja, wenn ich leider mit meiner SG-Vormixe. Hat mir leider. Ja, ich hab, ich hab im Moment nicht die rote Mütze auf. Aber wir haben's geschafft. Ja, den Boss besiegt. Aha. Der Tante ist irgendwie so cringy. Das ist richtig, ne? Ja. Und ein Stempel. In your face. Dieser verdammte Stempel. Wenn ich den in die Finger kriege. Er hat sich ausgestempelt. Oh, genau. Da gibt's Ärger. Wie viele Minuten haben wir? Zehn. Elf. Zehn. Elf. Wir haben 220 Stempel aufnäher gefunden. Und erhalten dafür neue Stempel. Geil. Und einen neuen Trick-Anstecker. Der schützt uns wahrscheinlich vor Feuer und Lava. Warte. Komm, wir häkeln den mal eben zusammen. Alter. Was wäre denn? Asche, Yoshi. Asche. Yoshi. Yoshi. Wurde wieder zusammengehäkelt. Kleiner Callback. Hierzu. Was mit dem Wege Star Wars gespielt hat. Asche. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Nee, einfach nur Asche. 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 Nein. Nein. Ja. 25. Es ist Spitzensport. Bart. Wie? Sport. Witze kann dir nichts anhaben. Also können wir einfach in Lava reinspringen und nichts passiert. Ja. Ja. Genau so denke ich mir. Ja. Ich hab schon Sonnenbrander können wir jetzt auch nichts mehr bringen. Das heißt. Ah. Soll ich denn sagen, ich lebe in der Wüste. Ich bin Wüstenloschi. Ja. Du bist die Wüste. Ja. Du bist die Wüste. Du bist die Wüste. Ja. Wüste. Ah. Fisch. Fliegende Fische. Fliegende Fische. Sollten nicht existieren. Schallgast mit Stänzen. Sollten nicht existieren. Ach. Genau. Lächelnde Wolle. Wollte existieren. Es sollte nicht existieren. Ach. Ja. Fliegende Fische. Nein. 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 Die Herzen. Ja. Ach. Stehen billen. Okay. Okay. Weーン des Fin York Worbeslänger Nein. Also. Mal oder. Schon Come же. Du bist. Und wenn du Sie. ich darf jetzt das zweite wegen der mit krillen na gut dass das buch für die ruhe ja gut ich habe keinen bock nicht zu bewegen würdest du bitte mal eben frei machen ja aber da kommen wir jetzt nicht rein das sollte eigentlich der buch erledigen vielleicht habe ich ja ich versuche mal genau hin mann gutes baum wenn wir nicht mehr bekommen ja du sie kaputt gemacht hast du ja ich weiß ja nicht warum du nicht da durchgegangen bist du hast ja angefangen mich ja aufzuhalten ich habe den weg noch gar nicht angefasst du hast ihn angefasst du bist dadurch du bist an der wahl nein nein du warst auf den gereist du bist nicht durchgegangen so habe ich dann in erinnerung die dinger nicht an die brücke doch du hast die volle mir an ich habe mich nicht hast du bist ein lüger wenn wir eine aufnahme wenn du du bist ja ein richtiger schlaf wieder nach hier wachs ist mich ein stamm wieder zu nennen du arschkopf blume rome oh gott oh gott ja es gibt irgendwie umverwundbarkeit nein ja jetzt nicht irgendwie zu mir kommen ich habe direkt ja genau so so geht es auch wenn er wolle jetzt einfach erledigen können ja dann zweite blume verpasst ich zeig dir gleich die aufnahme ich meine da war nicht so wie ich habe die wolke nicht angefasst du kannst dann darüber gehen du bist einfach nicht da reingehört nach hinten wochen ich bleibe bei meiner aussage du bist das ist ein traiter oh 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 dann musst du dich nur ein bisschen ich mache ich habe die warte ist nicht mir wieder ein gestern gar nicht natürlich das kommt mal wieder hin wie ich doch danach ja und das wollen wir ja nicht mehr ich war richtig aus jetzt die brüder nicht mehr wahrscheinlich bald wofi was was gefunden hat kamera ist nicht mitgekommen abgenommen ich werde dich wie kommen kommen wir werden jetzt eine spannende reise erleben unter die europa und hat nein da war guck dich an wie sehe ich denn jetzt bist du jetzt immer noch in edelsteiner oben okay wir haben auf jeden fall ein glitsch gefunden da passiert ja wir haben alle dinge ja alle pilen reicht auch wohl kapseln ja so geschafft wir haben einen neuen trick anstecker bekommen mit wofi schnuffel joshi wurde wieder zusammen gehäkelt ja ja genau so heißt der hund aber ich nenne den wofi geil vulkan da nehme ich jetzt das er bringt bestimmt voll hier folge blag vulkan schnuffel hilft dir nein das schaffen wir schon auf den vulkan ein wieder ja und folge blag und dann gott wieder ein opfer bringen schnuffel ich habe im mädchen und wenn man irgendwie im volk für die geld diskoparty mann der e-gitarre spielt ja und das sind immer diese steigern er hat ihn nur sein leben geschickt wir sollten weiteren fenster ja habe ich gebraucht an der richtung war aber das fährt sogar runter bleibt da und ist doch bestimmt hat das auch noch einer p ja habe ich nicht ich habe wieder fünf also sechs glaube ich nur ein hier die ganze zeit was mich gerettet auch auch und und Buckpfeifer. Au! Oh, okay. Ah, ah. Buckpfeifer. Alter, warum? Ich glaub, da unten ist noch was. Boah. Alter, ich hab irgendwie das Gefühl, dass das Spiel gerade slow down, dass wir gerade Frames verlieren. Ja. Ja. Ich hab, ich hab gerade echtes... Schnell, 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 schnell. Yes. Nein. Wie. 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 Oh Gott. Oh, warte. Hätten vielleicht doch, doch die Hitze so richtig schicker anbringen sollen. Äh. Die ist lila. Auf in die schwarze Röhre. Die uns wahrscheinlich nur in unser Verderben stützen. Oh my god. Oh my god. Äh, da ist nix mehr an. Weg hier. Lass uns lieber hier abhauen. Vor noch was passiert. Fängt schon noch ein bisschen schwerer aus. Nämlich an. Wir sind in Welt 2. Ja. Block. Lauf. 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 Au. Nein. 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 Wir fehlen mit deiner Wolle ab. Wir haben es geschafft. Irgendwie, ne? Ja, irgendwie. Irgendwie sind wir heil da durchgekommen. Da war die Musik, die hat geholfen. Ja. Pausa, ne? Pausa hat seine E-Gitarre gespielt. Wir sind eh getan. Ey, yo. Dann wird er mit berühmt. Er geht damit auf große Tour. Ich hab schon gehört, Marius großer Fan und Peach auch. Ja. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Hm. Du weißt auf jeden Fall, was du zu tun. Also im Laufe der nächsten Woche. Ja. Mr. Google und Mr. YouTube fragen, wo denn die ganzen und wo er gar zu sein so Zeug ist. Ja. Hier gibt's keine Freundschaft. Ich... mehr Punkte haben als du. Na. 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 älter vulkan joshi wurde wieder zusammengehekelt wir haben 27 minuten gleich ja ich will sagen dann werden wir den fahrern dann nächstes ich bin jetzt vulkan joshi der nächste wäre dann pyramide das ist echt ein einfallsreiche name pyramide hat einfach nur ein buchstabe durch den anderen ersetzt egal wir sehen uns im nächsten part wieder wenn es wieder heißt joshis woody world und